guten morgen morgen so zweiter frisch ans werk zu und eine neue hacke machen wir jetzt erst mal die ganzen steine fertig klaus gott das hört sich echt übel an also ich glaube ich sollte vielleicht doch noch mal runter in die hülle und mal gucken wo diese ganzen zombies herkommen vielleicht bevor ich hier ganz zu mache mal kurz rein gucken es hört sich nicht an als wenn man da aktiv muss so den stein haben wir jetzt hier gleich komplett raus dann noch den kies weg dann besorgen wir uns doch wieder ein bisschen erde dann machen wir hier fertig zu dann können wir auch schon die ersten bäume pflanzen das ist eigentlich eine verzauberte oh ja ich nehme halt die nicht verzauberte jetzt so dann brauchen wir erde und da hinten ist auch noch stein der muss auch noch raus hier wird noch einiges an stein wahrscheinlich zum vorschein kommen hier unter der erde auch hier ist auch ein hüllen eingang überall sind hier irgendwie echt irgendwelche hüllen eingänge ja gucken wir gleich runter bringen jetzt erstmal das bisschen erde hier weg wahrscheinlich kommen wir da dann in die gleiche hülle so ein schwert dabei ja schwert und nein fackeln einmal bewaffnen kann sagen es kann doch nicht sein dass hier so gar nichts ist wäre hier das ding nicht hallo jemand da ach da ist auch ein eingang gewesen jo das geht tief nach unten hier ist alles hell so ziemlich aber da nicht das ist ja eine schlucht hier ach ich glaube ich weiß dass ich das hier so sehe welche hülle das ist ist glaube ich das da waren wir wirklich ganz am anfang ja da waren wir ganz am anfang drinnen dass wir hier let's play angefangen haben ich glaube zweiter dritter part oder so waren wir schon drinnen aber da sieht alles eigentlich recht gut aus recht hell sollte theoretisch so passen so dann wieder raus hier hoch da hoch da habe ich gesagt so dann machen wir da einfach zu hier mit koppelstone und den rest dann mit erde so jetzt nur die frage wie breiten machen wir hier das ganze denn das ist jetzt ja schon viel buddel arbeit das könnte man ja eigentlich lassen essen 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 die können wir mal wegschmeißen die brauchen wir nicht so machen wir das hier gleich aus dann erde rein und dann das andere Loch da noch zu machen okay also ich würde den Wald schon eigentlich recht gerne groß machen Vielleicht mit so einem kleinen Berg oder sowas, den man da noch rein machen könnte. Mal gucken. So, jetzt machen wir erstmal da die Löcher dicht. Okay, da liegt ja noch ordentlich Erde rum, das sammeln wir mal ein. So, jetzt ist echt die Frage, wie groß machen wir das Ding? Erstmal hier jetzt fertig auffüllen. Könnte man ja eigentlich hier von da oder so hier rüber dann so einen Weg lang schlängeln, der dann zu der Straße führt und dann irgendwie hier so die Weitlichtung eventuell machen, wo man dann picknicken darf. Schaufel kaputt, das ist blöd, jetzt habe ich nur noch die. Okay, naja, so gut ist die auch nicht, nehmen wir halt die hin. Die ganzen Bäume müssen ja dann auch erstmal weg. Ne, hier ist noch ein Höhleneingang. Ne, ist nur ein Lock. Okay. Dann machen wir das zu. So, ist schon zu. Das da noch mit. So. Okay. Was habe ich jetzt eigentlich auf der Schaufel drauf? Einfach kein. Gleich mal gucken, ob wir die reparieren können, obwohl wir überhaupt keine EPs haben. Das geht also nicht. Aber ich glaube, man kann sich da noch einfach irgendwann mal Diamantwerkzeug machen. Wird, glaube ich, langsam mal Zeit. Die, äh, ja, Lisa hat, äh, geschrieben gehabt, irgendwie wegen Reparieren. Dass es eben immer so teuer ist oder immer teurer wird, umso öfter man repariert. Es sei denn, man benennt dann eben das, äh, Werkzeug da mal um. Und ja, ich finde, das lohnt sich einfach mit Eisenwerkzeug dann nicht. Und so langsam sollte hier genug Wohlstand in Radiant City sein, dass wir uns auch mal Diamantwerkzeuge leisten können. So. Zumachen. Dann, äh, bringen wir noch die Steine wieder in die Brennerei. Okay. Und besorgen uns gleich mal eine neue Schaufel. Ähm, okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Steine. Schmeißen wir die wieder weg. Die brauchen wir nämlich wirklich so gar nicht. So, dann machen wir die jetzt einfach kaputt. Und holen uns dann eine Diamantschaufel. So. Das geht dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Zack, zack. Jetzt wird es aber erstmal wieder dunkel, also schlafen wir gleich erstmal. Ah, die Erde kann ich nicht mehr mitnehmen. Doch, jetzt ja. Nein? Warum nicht? Ah, da wieder der Bug. Okay. Das habe ich immer mit verzaubertem Werkzeug. Dass das zwar kaputt ist, aber dann einfach nicht verschwindet. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder das benutze und einmal drauf haue, ähm, ja, geht das wieder von vorne kaputt. Das ist, äh, total nervig. Deswegen schmeiße ich die mittlerweile einfach nur noch weg. So, dann jetzt mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann jetzt auf in die Brennerei. Und das Zeug wegbringen. Und da mal ins Lager. Haben wir überhaupt im Lager die Diamanten, oder waren die jetzt in der Mine? Ich bin mir... Ey, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ah, das machen wir jetzt einfach da rein. Das machen wir da rein. So. Gibt ein paar EP. Ja, und dafür haben wir nichts mehr. Nehmen wir jetzt aber nicht mit den Clean Stone. Lassen wir hier. Und das Eisen auch. So. Ja, mehr können wir hier nicht lassen. Gucken wir mal eben schnell in die Mine. Ob wir da noch Diamanten haben. Äh, umstehen hier die Tür offen. Mal zumachen. Äh, da. Acht Stück. Das sieht doch gut aus. Ähm. Wir nehmen erstmal nur einen. Und machen uns nur eine Schaufel. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Dann noch eben ins Lager. Den ganzen anderen Schrott mal auspacken. Mal ein bisschen mehr Platz in der Tasche haben. So. So. Ey. Lass mich los. Türen halten mich immer fest. So. Ähm. Weg. Ach, wir haben hier ja eigentlich auch noch einen Dorfbewohner, glaube ich, der Erfahrungsfläschchen oder so handelt. Was in der Art. Oder genau das. Oh, hier haben wir noch zwei Diamanten. Ich glaube, der handelt Erfahrungsfläschchen. Können wir bringen wir rüber. Nehmen wir mit. Ich soll gleich mal gucken, was der dafür haben will. Könnte man ja eventuell mal mit dem handeln. Gehen wir mal auf die Suche. Ich bringe aber erst die Lampen in den Laden. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach dem. Gucken, ob der überhaupt noch handelt mit uns. Jetzt hören wir ein Skelett. So, wir gucken erstmal hier in die Redaktion. Hallo? Äh. Äh. Nö, nein. Dich könnte man da eigentlich jetzt echt mal freilassen, ne? So. Die ist, äh, frei. So. Warum die da mit dem Eck steht, verstehe ich nicht. Absolut nicht. So, noch, äh, jemand hier? Ne. Ist da sowieso kaum noch was drin, ne? Da müssen wir demnächst mal mit anfangen, hier umzubauen. So, ähm. Wir gucken erstmal ins Rathaus. Da hängen ja die meisten rum. Ähm, guten Tag. Guten Tag. Ne, das ist so. Guten Tag. Hm. Gut ein Kerl. Okay. Das ist jetzt die. Hier ist... Äh, da ist jemand irgendwo runtergefallen. Ach, der ist von der Oma runtergefallen. Toll. Das macht ja auch keine hundertmal. Ähm. Okay, wo sind meine ganzen Bewohner hin? Leute, hallo? Hier ist ja nichts mehr los. Wo sind die anderen alle? Da ist keiner drin, glaube ich. Zumindest nicht. Äh, ja. Ich glaube, bei Wusimu wohnt noch jemand, ne? Herr Haus? Moment. Stopp. Halt. Stehen bleiben. Bleiben Sie doch stehen. Äh. Ne, sie machen nur so einen Mist. Okay. Das war die Geschichte. Ne. So, hier haben wir noch eine. Cola? Ah, ne. Hm. Okay, hatte sich das Angebot vielleicht schon geändert, weil wir das so viel gehandelt hatten? Schade. Nur drei Level. Dann muss die, äh, Schaufel eben jetzt erstmal unverzaubert. Ja, halten. Mit drei lohnt sich das nicht. So, gehen wir erstmal hier weiter. Und den Baum weg. Da ist, genau. Dass wir ungefähr wissen, wo wir lang müssen. Äh. Das kann man eigentlich schon mal weg machen. Kann man hier schon mal lang. Und mal gucken dann, wie groß das Ganze wird. Also, ich finde ja nicht wirklich, äh, groß genug. Das ist mir alles noch zu klein. Das gerne ein bisschen wuchtiger machen. Allerdings, ähm... Das ist ganz schön viel Erde zum Abtragen. So. So, das hier würde ich ganz gerne so ein bisschen lassen. Das machen wir zu. Das sieht hässlich aus. Und das auch. Nein, doch nicht das. Obwohl doch, das machen wir auch zu. Ach. So, und das würde ich dann so lassen hier, das Stück. So, und das nehmen wir auch noch mit, den... Den Bach da, also den kleinen See. Ich denke, das kann man so als, äh, Straßenrand-Highlight ganz gut nehmen, denke ich. Dann machen wir das einfach bis hierher. Den Wald und dann hier dann die Straße. So, und buddeln wir uns jetzt noch einmal bis vorne durch. So, ein bisschen abgegrenzt ist. So. Und das kann dann ja eigentlich auch der Herr Haus machen. Dass wir jetzt hier nicht die ganze Zeit rumbuddeln müssen. Das Stück hier noch. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Weg, der da rum soll. Und um die Setzlinge dann. Durch Kies dabei? Na, jetzt habe ich natürlich den Kies nicht mitgenommen. Den holen wir jetzt noch. Raus aus meinem Garten. So. Einmal schnell Kies holen. Haben wir ja eigentlich auch genug im Lager. Ah, so. Kies. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, da ist noch was. Das eben so richtig schön unsortiert ist. Da auch. So. Und da haben wir auch noch. Also ich gehe davon aus, das reicht, wenn nicht bis vor nochmal Nachschub holen. Und das wird schon fast wieder dunkel. Oh, hier hört sich das echt schlimm an. Also hier weiß ich auch noch nicht so genau bei den Häusern, ob ich da eventuell auch Hecken hin machen soll. Denn ich finde, das sieht einfach besser aus, wenn das Eis so ein bisschen grüner ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich da lieber ein bisschen grüner machen soll oder ob das okay ist, so wie es ist. So, hier machen wir jetzt einfach so einen Zweierweg, der sich hier so ein bisschen durchschlängelt. So, das ist doch okay so, denke ich. Sollte passen. So, wir müssen ins Bett. Unbedingt. Na, wenn hier keine Zäune wären, hätte ich jetzt über den Zaun springen können. Beziehungsweise über die Hecke springen können. So. So, gute Nacht. So, gute Nacht. Boute noite. So, ciao.